Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen in meiner Kalinkas Küche. Als erster möchte ich mich ganz ganz herzlich bedanken für meine jetzt momentan 202.000 Abonnenten. Das ist wirklich eine riesige Community, was wir aufgebaut haben. Und ich bin sehr sehr dankbar für eure Unterstützung, dass ihr immer mal reinkommt und schaut nach meinen Videos, dass ihr die weiter teilt. Für eure Daumen hoch, vielen vielen Dank liebe Freunde. Für eure tolle Kommentare, herzliche Kommentare. Aber auch die Kommentare, welche mit Tipps oder mit irgendwelchen Korrekturen. Ich bin euch auch sehr sehr dankbar, weil wir eigentlich lernen, eine von den anderen. Und das finde ich ganz ganz toll. Und zu diesem Anlass für 200.000 Abonnenten habe ich gespendet an eine Organisation, es ist Arbeit der Samariterbund. Ich und mein Mann sind seit Februar dieses Jahr Mitglieder in diesem Bund und jeden Monat überweisen wir einen X-Betrag dafür. Und unsere Kinder, die Tochter und der Sohn, die sind seit ein paar Jahren schon Unterstützer von dem Wunschmobil. Ich finde es immer toll, wenn es immer Unterstützer für solche Sachen gibt. Und natürlich für diese großzügige Spende, was wir gespendet haben, wir haben so gesagt, zusammen schmeißen wir das Geld und werden wir spenden 1 Cent pro unserer Abonnenten. Und für 200.000 Abonnenten war auch nicht schlechte Summe. Dafür haben wir auch einen Brief, einen Dankbrief bekommen für unsere Spende, für unsere Unterstützung. Und natürlich sind wir stolz darauf, dass wir auch diese wirklich wertvolle Organisation unterstützen. Ich wollte gerne mal ein kleines Video dafür drehen, weil wir hier in Möllen haben wir auch eine Station, wo ich da gewesen und gefragt, wie können wir am besten da helfen. Wir haben hier nur die Pflege und die Zentrale ist etwas weit von uns und da war keine Möglichkeit, irgendwie Video drehen mit den Arbeiter. Naja, es geht eigentlich nicht um das sich zu zeigen beim Video oder sowas. Es geht eigentlich um diese Spende und um diese Unterstützung. Aber heute habe ich auch noch eine Neuigkeit und das habe ich mir so gewünscht, dass ich zu so einer runden Zeit vielleicht noch schaffe, auch mein Buch rauszubringen. Das Buch ist schon komplett gestellt und wird jetzt in Druckerei gegeben und wird auch gedrückt. Aber das Buch kann man auch schon vorbestellen. Und unter diesem Video werde ich euch einen Link stellen für Amazon, Tamale, für Österreich, für Schweiz. Wo kann man das Buch auch erwerben? Wo kann man ihn jetzt auch schon vorbestellen? Und vorbestellen ist das auch wichtig, dass wir wissen, wie viel ungefähr müssen wir Bücher drücken. Dass wir danach nicht oder zu viel drücken und dann sitzen auf diesen Kosten oder sozusagen zu wenig drücken, weil dann vielleicht wollen doch noch die Leute das bestellen. Und deswegen Vorbestellung ist es wirklich sehr wichtig. Und dann Eulogia Verlag hat uns drei Kutscheine gestellt zur Verfügung für diese Vorbestellung. Und dafür haben wir unten auch einen Link für dieses Gewinnspiel zum Vorbestellen. Es wird aufgenommen bis 16. Dezember und am 17. Dezember wird dann Verlösung. Und da könnt ihr euch da anmelden mit eurer E-Mail, mit eurer Bestellnummer. Und die Bestellnummer wird dann verlöst und per E-Mail werden die Gewinner benachrichtigt. Es geht einfach alles. Und wenn ihr das möchtet, dann könnt ihr auch vielleicht im Gewinnspiel teilnehmen. Ich bin wirklich sehr, sehr aufgeregt und warte selber auf mein erstes Buch. Und mir kribbelt richtig in die Finne mal. Das Buch in die Hand nehmen und sagen, das ist mein Werk. Da ist wirklich sehr viel Arbeit steht. Und ich habe natürlich versucht, die Rezepte, welche auch eine gute Klickrate hatten. Oder die, welche auch meiner Familie und meinen Freunden gefallen. Oder für die Rezepte, welche wirklich viel Feedback bekommen. Aber in diesem Buch gibt es auch die Rezepte, welche sind nicht auf meinem Kanal zu finden. Das sind die neuen Rezepte. Aber dafür habe ich auch Video extra gedrückt. Und in meinem Buch wird auch QR-Code da sein, wo ihr könntet von dem Buch gleich auf Video gehen, wenn ihr möchtet. Und auch mit Video-Eches nachzumachen. Dann erleichtert es das, was ihr vielleicht doch im Text nicht verstanden habt, noch im Video das nochmal nachzusehen. Ich habe es versucht, auch meinen Text so zu gestalten, dass es ein Schritt-für-Schritt-Einleitung, so wie ich es im Video mache, so ist das im Buch verständlich ist. Und ich hoffe, dass einer oder die andere wird doch das Buch bestellen und ein Stückchen von mir auf eure Regale stehen. Das macht mich wahnsinnig glücklich, wirklich. Weil es ist schon vor mehreren Jahren mich mal auch gefragt, Juba, wann schreibst du das Buch? Und endlich jetzt habe ich einen wirklich sehr tollen Verlag, wo ich mich echt ganz herzlich bedanke für ihre Arbeit, für ihre Geduld mit mir, dieses Buch zu schreiben. Ich bin echt froh, dass ich diese Verlag gewählt habe oder besser zu sagen, dass die mich angeschrieben haben. Und wir haben von Anfang an so gut verstanden, das war auch leichter zu arbeiten. Und die haben sich wirklich viel Mühe gegeben und wir haben sehr viel kommuniziert. Es steckt in diesem Buch wirklich sehr viel Geduld, Zeit und Arbeit. Und ich hoffe, dass dieses Buch bereitet euch genauso viel Freude wie mir. Und ich finde, dass jetzt diese Zeit, Vorweihnachtszeit, es ist auch ein schönes Geschenk zum Weihnachten. Ich zum Beispiel werde jetzt mein Buch auch zum Weihnachten verschenken. Weil ich finde, Buch bleibt immer Buch. Egal wie die Digitalwelt ist schön, das Papierbuch, welches mal in die Hand hält und blättert und liest, kann man damit nicht vergleichen. So meine Lieben, ich hoffe, ich habe euch alles erklärt, wie sollt ihr machen. Aber wenn ihr eine Frage habt, stellt ihr einfach in die Kommentare und ich werde euch alles beantworten. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mit meinem Glück weiter teilt. Dass ihr vielleicht weiter teilt oder eure Freunde sagt, das gibt es auf dem Markt von Luba jetzt ihr erstes Buch. Und ich werde euch sehr, sehr dankbar sein, wenn ihr für mein Buch auch ein kleines Werbung vielleicht für eure Freunde sagt oder weiter teilt oder in eurer Status bei WhatsApp das rein stellt. Wurde ich euch sehr, sehr dankbar. Weil wenn mein Buch rauskommt, das braucht viel Werbung, das zu wissen, dass so ein Buch auf dem Markt ist. Und die Mundpropaganda oder heutzutage unsere Medien, das ist eine gute Werbung und das kann man immer weiter teilen. Und ich bin euch sehr, sehr dankbar. Und ich wünsche euch viel Spaß mit meinem Buch und nachkochen oder nachbacken. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich und bis zum nächsten Mal. Tschüss.